wir gucken so unser schiff ist komplett okay wir haben kein store in der nähe also mache ich jetzt das schiff upgrade dass wenigstens ein punkt hier haben dann springe ich zum exit guck was da noch los ist sie verkaufen uns 4 treibstoff für zwei drohnen treibstoff kostet 3 es werden zwölf und drohnen kosten 8 also wenn es 16 also so vier treibstoff ja komm akzeptieren wir springen nächster sektor wir haben ein zolltarn utopia und irgendwas infiziertes ich will zu den zolltarn denn ich hätte gern sollte an bord utopia klingt eigentlich recht friedlich wir versuchen jetzt mal die drohnen herzustellen also 15 scrap wir kriegen drei drohnen das ist echt günstig continue müsste man nur öfters drohnen benutzen haben drohnen boot zwinker zwinker da lang ich will nicht in nebel wir haben bei weitem nicht genug energie für irgendwas wir sollen ein schiff intakt übernehmen könnten wir theoretisch wenn wir nur auf deren kranken station schießen und den sauerstoff und dann werden wir durchgehend behakt naja es hat nicht wirklich nachteile also ich nehme das mal an die sagen dass wir nicht genug ausgerüstet sind dafür schade okay dahin also bräuchten wir wahrscheinlich irgendwelche cool zerstörer waffen und die wollen uns angreifen continue du hast ein ion ding und ein beam laser wir schmeißen die nur und sie haben schild weg gemacht weil sie das hier können als sollte haben die sind doof so heavy ion auf schilde burst auf die schilde bei der nächsten saal versuchen auf die waffen zu gehen so unser schild wird jetzt ionisiert sein unsere waffen sind angeschlagen das ist nicht gut deren soltern schild ist gleich weg das schild ist wieder ionisiert und wir haben löcher im schild und das ist kein beam laser also löcher in der hülle krass diese soltern voll aggro heavy ion auf die schilde wir haben übrigens zwei schildpunkte was mir vorher nicht wirklich aufgefallen ist du schießt auf die waffen trifft nichts und irgendwas abgeschossen von uns unser jungen ding wurde abgeschossen schon wieder waffen ich habe das gefühl ich sollte gleich fliehen burst laser auf die waffen auf die schild kommen leicht angeschlagen die schilder und das sauerstoff ist ionisiert alle waffen sind kaputt nie kommen wir springen jetzt hier raus soll dann sind viel zu garstig und wir springen nicht gleich zum notfallsignal denn wir sind zu sehr angeschlagen gleich zum auto hacker continue er hat auch benutzt das jungen ding zuerst darauf drohne raus krankenstation direkt das ist vollkommen okay also heavy jungen schießt gleich drauf der burst laser lädt sich auf nicht genug power ok krankenstation aus dich an heavy jungen schießt daneben drohne ist zu angeschlagen du reparier die drohne du kannst beim ionisierten schild eh nichts machen du da drauf schilder sind weiter ionisiert war komm hilf mit so auf die waffen waffen direkt die wird okay du reparier die drohne müssen die drohne neu rausschmeißen sieht so aus okay neue drohne du reparier das schild system kriegst dabei gleich schaden aber ist okay mach mal dich auf damit ihr bisschen sauerstoff reinkommt heavy ion auf schild burst laser auf cockpit versucht sie zu überladen heavy ion auf antrieb burst laser auf antrieb okay du reparier schon mal das da so was kriegen wir treibstoff zwei raketen 29 schrott du dahin und geht euch mal heilen krankenstation ist nämlich aus ihr werdet nicht gegen geheilt so alle türen zu warten 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 hülle sieht nicht gut aus alle zurück auf ihre posten wir haben da ein distress signal ich hätte gerne vorher ein power bar für die drohne sauerstoff sieht okay aus will ich noch ein power bar weiß ja nicht wenn hätte ich glaube ich lieber ein ausweich wert und dann power bar die manntes und die zoltan prügeln sich hier gerade bitte mischt euch nicht ein wir helfen dem zoltans sind friedliebend aber es sind absolute bürokratische anzüge das heißt wenn wir ihnen jetzt helfen könnten sie sagen wir haben gesagt ihr sollt uns nicht helfen ihr kriegt keine belohnung also bin ich fast versucht den mantis zu helfen problem wenn ich den mantis helfe die zoltan haben ihren zoltanschild und eine mastroiden gürtel ist das ein riesen vorteil für die und sie knipsen unser schild aus also helfe ich den doofen anzügen so heavy yon auf das da du aus drohne raus damit sie schneller ihr schild verlieren so du auf die waffen so unsere schilder halten noch aber der hat zum komischen sniper geht auf die crew und ein komisches raketen ding und deren sniper wurde ausgeschaltet und deren schilder haben verwegt so was war das fliegende ding da eine mine wow vier schadenspunkte auf unsere antriebe das ist nicht gut heavy yon auf das schild burst auf das da kaputt zwei treibstoffe eine drohne 17 schrott und wir sind ganz schön angeschlagen wegen dieser riesen rakete die rakete war so groß wie ein ganzer raum von uns und was sagen die zoltern nix ich hasse die oh oh ja hilft beim reparieren mach die karantation an es sollte elfen nicht helfen und zoltan sind quasi elfen alle zurück auf posten wir können die astroiden gegen schälen das ist okay wir warten bis der hochgeheilt ist wir müssen unbedingt repariert werden wir dürfen jetzt kein risiko mehr eingehen selbst wenn es uns gut schrott geben würde was schade ist wie viel hast du noch 86 87 okay aber ich glaube da war kein shop oder so in der nähe auf zum exit bist du voll 100 okay jump ja wir haben noch drei sprünge vor uns bevor wir zum exit können drückt die daumen wir wollen uns ergeben du hast recht es gibt keinen grund für sinnlose gewalt wir würden verlieren zwei fuel ein drohenbrat 15 scrap ok du zoltan passapapp so und wir werden gebordet von mantis aus gasts sofort den sauerstoff und aaaaaaah ok ähm ich würde gerne jetzt schon rausspringen aber wir haben den antrieb nicht hoch genug abgegradet krankenstation aus hültingens raus heavy iron auf schilde und warten die zerkloppen gerade unseren sauerstoff das finde ich nicht so toll und da kommt noch mehr ja komm gib mir so du geh mal in den oh das ist nicht nett lass unseren armen waffenoffizieren ruhe so also schiffskampf heavy iron schießt auf die schilde first laser wartet kurz irgendwer schießt auf unsere crew heavy iron geht daneben ok du versuchst mal die waffen anzuschlagen schaffst du aber nicht wirklich dafür ist der teleporter kaputt einer von euch legt die mal kurz oh gestunt weil der raum ionisiert wurde naja heavy iron auf schild du fließt verdammt nochmal so die kriegen jetzt hoffentlich genug schaden rein heavy iron trifft 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 du raus da keine station du bist gleich tot ist ok heavy iron auf schilde mach auf 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 alles sauerstoff raus das schiff von denen ist auch gleich kaputt so alle türen zu zwei raketen eine drohe mit 32 schrott also schrott ist gut so viel aber unser schiff sieht echt nicht gut aus so aber das ist nichts verglichen mit dem stream da hatten wir so dermaßen viele löcher in diesem kleinen schiff das war nicht mehr feierlich so alle zurück auf posten hölle sieht nicht gut aus rest ist soweit ok springen ein star ja hin da ähm wir haben keinen platz für sowas weil wir kein ding jetzt haben pike beam hardware missile launcher ha wir brauchen nur ein power doppelten schaden gegen systemlosen räumen seite 2 oh drohnen das ist doch unser ding oder shoot down incoming missiles and mines reload 24 sekunden ich brauche viel zu viel power vier power ja ne wir haben dafür auch nicht genug schrott ok also ist angesagt wir verkaufen den komischen jammer damit wir schrott bekommen ohne platz hier dann war das und wir reparieren unser schiff wir kaufen noch ein bisschen treibstoff weil man treibstoff eigentlich nie genug haben kann so close jetzt würden wir gerne richtung exit weil die flotte ziemlich nah kommt jump 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 so wir sind jetzt am ende des zweiten sektors und wir haben zwei schildpunkte das ist noch ok am ende des nächsten sektors müssen wir drei haben und wir bräuchten demnächst noch eine neue waffe oder mehr drohnen sonst kommen wir nicht mehr durch deren schilde durch und die haben kampf drohnen und anti raketendrohnen aber nicht anti drohnen drohnen das ok krankstation aus hol den ins raus du gehst auf die schilde cruise überall wo sie sein soll und das ding schießt auf was eigentlich was bist du weiß ich nicht das sieht komisch aus eine raketendrohne die keinen schaden macht du bist sehr komisch aber ok oh oh breach und kaputt und überhaupt du da rein warte mal du bleibst da heavy yorn schießt auf die waffen naja die beiden wurden kurz geswitcht ist ok du solltest da raus krankstation an du hilf da das wird knapp ok heavy yorn schießt auf das die waffen schießen auf das du musst da gleich raus nein der wurde gestern der wurde gestern ach nein nicht bei stun waffen sind echt scheiße zwei treibstoffe eine rakete 24 schrott und wir haben keine engi mehr an bord auf dem engi schiff kashan 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 kashan